Ja wunderschönen guten Abend alle zusammen. YouTuber wie geht's? Alles gut. It's okay mit dem Killer Mario. Mario sag ich. Mirio. Mario und du hier am Start. Ich guck auf Mario ey. Warte mal. Genau. So. Das Spiel wird eh gleich wieder umkippen. Guck mal ohne Schilder, Alter. Nix. Wo ist der? Oh nein, ich hab die Fallschirm. Ich hab die Fallschirm. Ich hab die Fallschirm. Boah, ich seh gar nicht wie viel. Wie kannst du die Zahlen so entdecken? Ich seh die kaum bis gar nicht. Ich will unbedingt mein Vornein. Boah. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Kleine Heilung. Jawohl. Nein, die gehen voll daneben, Alter. Ach, der lebt noch? Ja, er lebt noch. Ja, der lebt noch. Ich hab nichts an Problemen, weil ich hab... Ich halte auf Nummer 2. Aha. Und der lebt auf Nummer 1. Das kriegt immer Trimler drauf. Das wird keine große Sache, aber ich mein, daran gewohnt, dass es ein anderes Problem ist. Jawohl, das ist platt, das ist platt. Hey, was willst du machen? Der kommt voll nicht klar, der weiß nicht auf wen. Schlägt von allen Seiten. Was ist das denn? Bambi, Junge. Okay. Ich muss mal die Klätze von den beiden tauschen. Ich wechsle die mal kurz, sonst komm ich gar nicht mehr klar. So, was können wir schon jetzt? Ja, verdammt. Die Boni sind so schön, aber der obere... Ah, nice. Wenn du das verba... Kupferkompost hab ich bekommen. Was ist das denn? Aufladen, Draht, 7,8. Angriff, Angriff, Verteidigung. Wir müssen später alles durchchecken. Hm . Aber bei einem.